So Leute, wir können endlich wieder weitermachen mit Kaiser Mario. Wir haben 6.24 Uhr und ich springe gleich mal gegen den komischen Block da. Ja, jetzt dauert es wieder ein bisschen, bis ich das so einigermaßen verkacken kann. Nein! Nein. Ja, das habe ich schon gesagt, dass wir 6.25 Uhr... Ey, wie schnell ist das Ding denn da unten weg? Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, ich hätte es aber, glaube ich, geschafft. Nein, auch nicht. Jetzt aber. Och, nein. Aber ich komme der Sache näher. Ja, auch wenn nicht viel, aber ein bisschen. Och, Mario, halt das Maul. Oh, Mann, ey. Manchmal habe ich einfach nur das Bedürfnis dazu, Mario einfach in den Abgrund runterzuschmeißen und gar nicht wieder neu zu laden. Einfach da unten verrotten lassen. Ja, nein! Jetzt. Ich glaube, ich hätte es jetzt geschafft. Ich glaube, ja. Jetzt aber. Nein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Nein! Moment. So schnell nicht. Wahrscheinlich doch so schnell, oder? Oh, kann Mario nicht schneller fallen? Oh nein, ich will es jetzt nicht versauen. Ach ja. Das klappt ja super. Nicht wahr? Das kla... Ich habe mich ver-sale-stated. Moment. Nö. Doch. Hier, das ist die... Ne, das ist eine andere Stelle. Scheiße! Mann! Och, ne. War ich beim Mittelziel? Ja, cool. Toll. Wenigstens etwas. Ich kriege keinen Affen. Tschüss. Tschüss. So, ja, genau. Fast. Ja, so ähnlich. Ja, fast. Mann, ey. Ich schiebe es auf die Uhrzeit. Weil ich... Ihr kennt mich. Ich schiebe es einfach auf alles mögliche andere. Dann muss ich... Ich ist nämlich nicht schuld sein. Und ich bin zufrieden. Und ihr seid es nicht. Und... Ja, wie gesagt. Halb sieben Uhr. Halb sieben Uhr, genau. Halb sieben in der Früh. Die Leute brauchen keinen Wecker mehr. Die werden mich gleich hören. Wahrscheinlich die Polizei rufen und sagen... Und, alles klar? Mann, ey, Mario! Hm. Ja. Genau. Hm. Nein! Es war doch schon so weit. Piek. Oh. Kannst du mal an einer anderen Stelle sterben, Mario? Das wäre voll cool. Nicht immer so an diesem komischen... Oh. Oh Gott. Wie hat das... So. Mitkommen. Ja, das ist noch alles im machbaren Bereich, schätze ich mal. Ja. Ja, fast. Ups, ich habe gesafed. Und das hatte ich gar nicht vor. Oh. Mann. So. Vielleicht so. Nein. Ja. Was? Wieso? Wieso? Oh. Ja, okay. Ist alles noch machbar. Ja. Für Otto normal Mensch. Also für mich ja mal nicht. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Oh, das war... Das lief doch so gut. Ja, das lief doch so gut. Wieso hast du es versaut, Mario? Mario, der alte Masochist. Ich glaube, Mario ist jemand... Ach, egal. Ich sage es nicht. Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt springen. Ja, ja, nein. Ja, fast. Boah, mir tut die Finger weh, weil ich... Ich kriege da einen Krampf drin, weil... Duck dich nicht, du verdammt! Nö. Nö, ich rede mich gar nicht erst auf. Dann habe ich mich nachher wieder versavedated und ich muss das ganze Scheiß schon wieder von der Mitte aus machen. Mann, Mario! So. Kurz in die Gegend rumgeguckt. Irgendwas gesucht, was ich beschuldigen könnte, was schuldet ist. Leider nichts gefunden. Mario, du weißt, dass da ein Block ist. Spring dich jedes Mal gegen. Big... Big... Oh, Mann! Ey, ich... Hm, fast. Ey, das liegt doch am... Ey, das... Hallo? So. Jetzt. Nein. Aber... Wir kommen der Sache wieder einen Schritt... Schritt... Nein! Schritt näher, wollte ich sagen. Aber ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut. Ist das eigentlich normal, dass man bei Mario spielen so sehr schwitzt? Mario, ohne Scheiß, wenn du dich noch einmal duckst. Jetzt, jetzt. Ja! Nein! Hä, ich... Das ist wirklich nur... Maximal zwei Pixeln, in denen ich drücken darf, wo er springen soll. Aber es ist zu früh... Boah. Also, ich hatte mal... Meine Hand hatte ich gerade ausgeholt in die Luft und zu einer Faust geballt. Und fast wäre sie irgendwo drauf gelandet. Bing! 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 Doch nicht. Mann! Ach, weißt du was? Stirb. Mir ist so egal. Dieses verdammte Kackspiel. Hm. Och, ey. Ey, ich weiß ja noch nicht mehr, ob ich von hier diesen verkackten, dummen Sprung schaffe. Weil das sieht momentan nicht danach aus. Ich brauche da eindeutig... MEHR ZEIT! Och, sorry. Hm. Habe ich eigentlich mal guten Morgen gesagt. Och, das war es doch fast. Bing, bing, bing. Invisible Coin Block. Dank. Tschüss. Hm, ein Boot. Das in der Luft schwebt. Ich springe einfach mal daneben. Oh. Hm. Ich sehe schon, das wird schon ein richtiger Fortschritt hier in dem Part. Also hier haben wir richtig was gepackt. Richtig was gerissen. Hey, ich glaube, ich muss es schon wieder von der Hälfte aus machen. Ich glaube, ich habe das zeitlich nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich es ausprobieren würde... Wenn ich... Also das... Was rede ich hier eigentlich? Wie so ein Stotter. Ich... Wie so ein Affe. Irgendwann... Auch wenn man es mir nicht glaubt, habe ich auch mal die Grundschule abgeschlossen. Und dann habe ich irgendwann mal reden gelernt. Das merkt man zwar gerade nicht wirklich, aber... So, jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Nein! Nein! Jetzt. Okay, ich mache das wieder von der Hälfte aus. Ist mir egal. Mal sehen, wie oft ich jetzt da hinten draufgehe. Eins. Zwei. Oh, jetzt sterbe ich an so einer dummen Stelle schon. Ey, Mario, auf hier rumzuleggen. Ja, genau. Genau. Wieso save ich eigentlich nicht? Oh, Quatsch. Save-Seal-Quatsch brauche ich nicht. Weil Kai so mag ich doch nicht. Jetzt. So. Hm. Das geht noch. Ja, tschüss, Vier. Oh, nein, oder? Oh. Das schaffe ich trotzdem nicht mehr, glaube ich. Ich habe es jetzt gesaved. Und jetzt entweder, oder? Ja, das sieht nach dem Entweder aus. Och, nein. Aber ich kann da nicht runterspringen. Ne, das schaffe ich nicht. Ja, und schon wieder mal von Anfang. Wir haben ja noch ein Leben, das muss ja reichen. So, save state. Schauen wir mal an. Wow. Save. Coinblock. Weiß ich jetzt schon. Nein. Doch. Nein. Doch. Boah, ey. Bin ich froh, dass ich noch Urlaub habe. Ich glaube, wenn ich jetzt keinen Urlaub hätte und noch arbeiten müsste gleich, dann würde das für alle Beteiligten nicht sonderlich erfreulich sein. Mann, du warst doch nicht am Coinblock dran. Ich war... Hey. Hm. Ach, Mario, weißt du, was halt das Maul. Hey, du warst nicht am Coinblock. Da war kein Coinblock. Da auch nicht. Jetzt. So, jetzt reicht's. Du hast es versaut, Mario. Echt, mit dem... Bück dich. Nein, bück dich besser nicht. Ist es mir egal. Ich mach hier beim nächsten Mal weiter. Tschüss.